Hallo und willkommen bei einem neuen Part bei Remba.me So, jetzt wollen wir hier erstmal wieder loslegen Ich müsste erstmal gucken, wie den Code hier funktioniert tut Okay, so, machen wir das Ganze mal Okay, war irgendwas falsch, müssen wir normal machen Okay, wir kamen so später hin Okay, das war glaube ich richtig Okay, dann gucken wir erstmal um Okay, da war doch nicht ganz richtig Wir müssen uns da ein wenig beeilen, für den Code einzugeben So, gehen wir erst nochmal da hin So, jetzt erstmal da runter Verdammt Gut, dann können wir hier durch So, dann muss hier was kommen So, jetzt haben wir ganz richtig gemacht Ich glaube aber hier kommt jetzt ein Endboss Gut, und dem müssen wir ein Blatt machen Der süßer Kerl Erstmal ausweißen So, komm Schon auf die Raufballer Und Ziemlich gut Okay, aber bin jetzt gar nicht so schlecht Und Gib mir ein Saures Bingo Komm her Glaub aber nur du Jetzt tu mir erstmal die andere Hand besiedigen Und Ausweiße Mann Blöder Kerl So, jetzt erstmal die Fähigkeit einsetze Damit kann das Ganze noch besser machen Komm Komm Gib's doch nah Okay, der wird immer schwerer So So Jetzt können wir ihn besiegen Und jetzt Gib ihm die Saures Komm 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 Erledige ihn Huh Das war ein harter Kampf Okay Jetzt können wir agieren Und Warte Da liegt noch was Oh 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 Dad Dad Das war например Dann Buy bt CI Das war Frankfurt Und jetzt werden wir glaube ich in das nächste Kapitel reinkommen. Die Festung Bastille, das berüchtigste Gefängnis Europas. Ihren Patienten wird das Gedächtnis bei der Aufnahme entzogen. Nach Absitzen der Strafe erhalten sie ihr Gedächtnis zurück. Ohne Erinnerung an ihr früheres Leben sehen die Gefangenen der Bastille keinen Grund auszubrechen. Diesen perversen Strafvollzug leitet Madame, die grausame Direktorin der Bastille. Als höchste Herren ihrer Hirne kann nur sie allein auf die Server in der Gedächtnisverwahrung zugreifen. Nach meiner Verhaftung war ich dort mit den anderen Erroristen eingesperrt. Nun schickt Edge mich zurück, um meine Kameraden zu befreien und mein geraubtes Gedächtnis. Zugegeben, die Aussicht auf eine Rückkehr dorthin erfüllt mich gleichzeitig mit Hoffnung und Schrecken. Das stimmt, das stimmt. Winter, tr schают zwei Figuren. Jochen Englert Hans神 Jan Herr Franz Richard Film Nur Madame hat Zugriff auf die Bastille-Gedächtnis-Server. Finde diese Hündin. Finde heraus, wie du da rankommst. So, und da dürfen wir natürlich jetzt weitermachen in das neue Kapitel. Wir müssen irgendwie diese Madame finden für unser Gedächtnis, wie ich es auch zugewinne, was mir in dem ersten Part ja verloren habe. Auf jeden Fall steht hier viel Zeug rum. Gehen wir einfach mal da weiter. Verdammt. Dann werden wir Gante jetzt nur mal angehen. Drohnen. Und diesmal keine Remini-Szene, die hilft. So, wir müssen irgendwie daran vorbei. Ah. Wir müssen irgendwie dann die Seite hin. Vielleicht können die mir auch abballern. Vielleicht nur Kombis. Nein. Drohnen. Und diesmal keine Remini-Szene, die hilft. Gut, das war schon mal gut. Gut. Hier haben wir aber nichts da vielleicht. Sehr gut. Wir haben da irgendwas erhalten, aber keine Ahnung was. So. Jetzt kommen wir da rein. Okay. Da kam jetzt leider nichts weiter. Okay. Ich glaube, er müsste da irgendwie hochklettern mit X. Hat er aber leider nicht gesehen. Okay. Ich glaube, er hat die Hilfe. Okay. Okay, es geht irgendwie gar nicht. Aber ich müsste mir irgendwo kommen. Da vielleicht. Nein. Hier auf jeden Fall nicht. Okay. Da kommen wir wo. Dann lassen wir die erstmal vorbeifliegen. So. Schnell weg hier von diesem Loch. Dann erstmal diese Kerli besiegen. Verdammt, wir werden wieder unsichtbar. So. 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 Etwas ließ. So. Erstmal der Blitz. Und erst mal ein Licht anmachen. Verdammt, die Kälte haben wir stark. So, dann hier erst mal weiter loslegen. Und die werden wir auf jeden Fall jetzt erledigen. So, jetzt die Kombi einsetzen. Können die auf jeden Fall alle erledigen. Mann, wo sie noch weiße. Da, okay. So, auf jeden Fall so jetzt. Können wir die besiegen. Aber wo sind die jetzt? Komm, gibt es nichts? Alter. Boah, sind viele. Ich komme hier immer mehr. Okay, komisch. Sehen noch ein paar Leute. So, den können wir irgendwie nicht aus dem Weg räumen. Na, geht.